8.844 Tage später, dieser Abschied, Standing Ovations. Und wenn uns einer gelehrt hat, dass Tränen auch Männern stehen können, dann ist es dieser Mann hier, Roger Federer. Das war's. Er hat am liebsten immer weiter gespielt, so sehr hat er diesen Sport geliebt und diese Liebe war immer zu spüren, daneben ein Gentleman auf und neben dem Platz, fokussiert vom ersten bis zum letzten Punkt, humorvoll locker und fair nach den Matches, immer authentisch, ein Vorbild für so viele. Und hat nicht nur Federtränen in den Augen, bei weitem nicht, Nadal, Nadal weint, Zizipas weint. Unglaublich. Das sind Bilder. Das ist Roger Federer. 19 Mal Fan-Favorite. Ich meine, einfach immer seit seinem ersten Grand Slam Titeljahr 2003.